Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Modsalsa. So, seit der letzten Aufnahme sind wieder ein paar Tage vergangen. Haben mittlerweile wieder ein bisschen Zeit gefunden. Und ja. Was ist seitdem passiert? Ich hab in der Diatro angesetzt. Und was hab ich rein getan? Cobblestone, ja. Das ist ja schon quasi so wirklich alles was passiert. Jetzt hab ich nur ein paar Essences zusammengecraftet und bin mal am schauen, dass ich endlich mal die ganzen Erze vercraftet kriege. Oder gesagt verarbeitet kriege. Weil ich schon mit allen Mitteln gerade am gucken, dass ich die wegkriege. Aber naja. So. Was wollen wir heute mal machen? Ich hab mir heute mal, als ich in der Schule war, so ein bisschen überlegt, wie ich hier mal die Decke gestalten könnte. Und ich hab die Idee bekommen, was wir hier oben hin klatschen. Und zwar sollen wir, man sieht es schon, einen Fischtank hinsetzen. Und da können wir auch schon mal direkt auf den Mod eingehen, auf den ich mal so ein bisschen Lust habe. Ich würde nämlich mal Bienen züchten. Es ist ganz lustig, aber wird noch mal sehr nervig. Wir könnten uns ja mal mit Mariculture auseinandersetzen. Was ist Mariculture? Mariculture ist ein Mod für die Bienenzuchten. für die Zucht von Fischen. So. Klingt ja erstmal ein bisschen komisch. Ist auch, naja. So komisch ist sein George. Ist relativ interessant. Wie man hier jetzt auch schon sieht, hier die ganzen, was ich mal kurz raus. Hier die Geschichte, also diese Riffe und so. Die sind alle durch Mariculture entstanden. So, auch unter anderem auch hier dieses. So. Ich hatte ja hier auch schon mal vor ein paar Wochen mal so ein paar Fischchen draufgestellt, damit ich so ein paar Fische bekomme, aber naja. Oh. Perfekt. Und zwar, um mit Mariculture anfangen zu können. Moment. Braincoral. Ich frage jetzt gar nicht. Und zwar, um mit Mariculture anfangen zu können, brauchen wir erstmal ein paar Fische. Fische. Und wie kommen wir an die Fische? Über ein Fishing-Net. Okay. Alles klar. Aber wir brauchen erstmal einen sogenannten Sifter. Und ich würde sagen, dafür reißen wir mal hier die Fishing-Nets ab. So. Gehen dann. Oh, der ist fast tot. Ah, keine Sorge. Du rückst ja auch. Ja, aber, aber. Brauchen wir hier mal so zwei Holzplankys, da zwei Stiggys und dann machen wir uns mal hier unten ein kleines. Hm. Ja. Vielleicht machen wir dann nochmal hier so einen Durchgang. Oder ich weiß mal nicht. Jetzt setzen wir es jetzt erst einmal einen da hin. So. Was? Ist das jetzt überhaupt das Richtige? Müsste eigentlich. Ja. Okay. Ähm. Was können wir im Sifter machen? Wenn wir nochmal auf Mariculture gehen. So. So. Wir brauchen, um Fische angeln zu können, brauchen wir erstmal einen Köder. Da können wir hier einen Wurmleben, Ameisen, Maden, Grashüpfer oder Bienen. Und wie kommen wir hier an die ran? Indem wir ein paar Sachen in den Sifter reinschmeißen, wie Erde oder Äpfel. Oder noch mehr Erde oder Klammer über Fische. Aber man kommt auch teilweise sehr. Okay. Was ist? Wow. Neunzehn Mann zu 20% aus Raw Beef. Dann machen wir das mal das. Weil wir haben ja noch so ein bisschen Raw Beef über. Und ganz ehrlich, wir haben uns schnell wieder da. Ah. Jetzt bin ich aber gerade mal. Krass. Ah, okay. Jetzt verstehe ich es. Das war sonst noch ein einzelner Block. So. Da haben wir jetzt mal die ersten Maden bekommen. Und die bekommen wir echt zuhauf schon. Ich glaube, das reicht schon mal. Dann könnten wir uns schon mal die Angel oben nehmen. Und unser Anglerglück versuchen. Geht das mit denen? Natürlich nicht. Dann tun wir die mal da rein. Wir brauchen Ameisen. Und die kriegen wir auch aus Erde. Erde sollten wir auch noch haben. Das wusste ich jetzt gerade nicht. Das ist jetzt mein Fehler. Ich schmeiß mal das vielleicht dann da nochmal zurück. Ich werde auf jeden Fall nochmal gucken, dass ich da ja auf dem Wasser vielleicht so eine kleine Fischerhütte dann mache. Ja, noch ein Stück. Das schaffst du. Ja, ja, ja. Und die Erde ist schon so gut wie weg. Und zwar genau jetzt. So viel zu dem Thema. Aber das sollte schon an Ameisen reichen. So, wenn wir jetzt nochmal zu der Angeln gehen. Dann haben wir ja hier die Lucky Fishing Waters im Glück. Die kann man, wie man sieht hier, kann man die mit Artbait nehmen, was wir jetzt hier haben. Und wir sehen, wir haben jetzt etwas benutzt. Und eins ist schon direkt weggegangen. Jetzt heißt es Angeln. Und wir haben einen Fisch gefangen. Und zwar einen Raw God. Gut. Nächster Versuch. Und wir warten. Und wir warten. Wir warten. Und wir warten. Immer noch. Und wir warten. Und wir warten. Und wir jagen die Fische mit unserem Gewarte. Dann nicht. Und wir haben Raw God. Gut. Dann warten wir eben noch mal weiter. Ich probiere natürlich mal wieder nicht, wann ich die Aufnahme gestartet habe. Aber das kann man hier lange von erkennen. Oh. Und wir haben einen Raw Simon. Ich würde aber sagen, dass es hier langsam ein bisschen düsterer wird. Dass wir uns mal schlafen legen. Auf dem Teil ist das auch noch im Server. Na. So. Super. Machen wir das mal anders. Versuchen wir mal ein bisschen weiter weg. Hallo. Bin in der Aufnahme. Na. Kommt jetzt ein Fall. Ja. Das ist jetzt wieder richtig schön spannend. Aber fischen könnt ihr ja schon mittlerweile aus dem ROT damals. Hab ich gar nicht Profi drin. Und noch ein Raw Simon. Was ist mit unserem Tümpel? Kriegen wir da auch wieder nur Raw Cots? Versuchen wir hier unser Glück. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Immer noch. Wenn das jetzt wirklich bald nichts gibt, dann werde ich mal schauen, dass ich mit ein paar anderen Lösungen schon mal weitermache. Weil. Bin ich jetzt blöd oder so? Warte, hab ich mich jetzt gerade gefangen. Oh, da liegt der da unten im Wasser. Blö. Okay. Wir warten jetzt mal den nächsten Fisch ab. Und wenn es nichts gibt, dann schauen wir mal auf, vielleicht mal so wenigstens was machen können. Weil wir haben ja noch ein paar Fische über das Fischchen nicht bekommen. Aber die fallen blöderweise. Weil wie man nicht. Oh, da kommt irgendwas. auch hier und zwar wie man hier sieht das nur die fische die man zum kauf benötigt aber da würde ich sagen da das noch nicht so wirklich geklappt hat bisher nehmen wir uns mal hier die fische raus und schauen ob wir schon mal den ficht tank machen können weil der ficht tank wie man hier sieht benötigt schon einen fisch so da brauchen wir jetzt glas und aluminium schauen wir mal was die alu vorräter sagen ein bisschen hätten wir noch aber auch nicht mehr so aus empfiehlt machen wir schon mal ein paar glas paints sieben würden mal hinkriegen nein ich idiot okay haben wir drüben haben wir drüben noch was glas nope nope hier ist sand dann machen wir das erstmal so schmeißen mal hier mal kurz sand rein wie sieht das hier aus ja das ist durchgelaufen dann schmeißen wir mal tin powder rein können dann auch mal wieder an ersten nachlegen könnten wir dann auch könnten wir dann auch na ja wir können auch aluminium zieht machen ja wir können auch aluminium zieht machen okay ich schaue mir das jetzt mal kurz so an was man aus alu noch alles machen kann weil das interessiert mich mal gerade kommen wir schon mal die ersten machen können also fisch in die mitte glas da hin und alu drei fisch tanks kann man auch schon hier mit ja zum glück so also da kommen wir draußen rundherum wir brauchen mehr alu das tun wir jetzt mal hier auf wenn man da so reinschaut wir haben jetzt 250 seiten und ich glaube das würde recht cool aussehen wenn wir hier so oben so ein gigantisches aquarium hätten so und da ich jetzt wieder ich profi nicht nach wie gesagt nach da ich nicht nachgeguckt hatte wann die folge angefangen hatte würde ich sagen schaue ich jetzt mal ganz schnell nach bis gleich so wir haben noch ein paar mülchen also dann geht es weiter so was brauchen wir denn noch von mariculture und zwar würde ich gerne mal schauen kommst du jetzt mach mich nicht schwach da ist er doch wir könnten so ein Wett mal gebrauchen warte mal bevor ich jetzt hier blöd noch am rumstammeln bin und ich weiß was ich machen soll wir hatten da mal jawoll hier das Buch von mariculture ich schaue mir das mal gerade so alles ein bisschen an also mal will ich bitte mich mal zu entschuldigen oh crucible furnace ok wir brauchen mal Holz, Glas ja das sollte eigentlich machbar sein ja dann machen wir doch jetzt schon mal ein Wett damit wir wenigstens noch ein bisschen produktiv sind oder ihr sagt damit ich noch ein bisschen produktiv bin na 7 ich brauche hier dringend mal eine Craftingszeit weißt du was ich lange mich dafür jetzt eh wieder weil ich die demnächst eh wieder raus runterholen werde äh raufholen werde ich stelle mal hier mal hin und machen uns einen Wett so der Wett kann mit Flüssigkeiten befüllt werden wie man gerade eben gesehen hat und wir brauchen Bricks kann man hier gerade so ein bisschen was rausholen boah das ist Katastrophe also bin ich ehrlich mit den Ärzten muss ich glaube ich mal gucken dass ich es ein bisschen besser hinkriege weil es flirte dann doch so langsam ähm wir brauchen jetzt noch einen Eimer machen na ja danke genau das wollte ich damit bewirken na gut dann pflanzen wir nochmal gerade an ach das ist auch noch eine hm norm so ma ich bin da echt wieder gut drauf ne so und die Lava in den Wett so jetzt boah das Inventar ist eh schon wieder voll können nicht mal hier die Kohlstands reintemachen die sollten da rausgepumpt werden auch wenn es langsam ist aber langsam nennt sich das Murmeltier oder so weiter so ja hm können das Alun mal wegpacken nein ja Titanium dann könnten wir auch schon mal schauen dass wir noch ein paar Bricks auf die Reihe kriegen sollte machbar sein so wir brauchen den Crucible Furnace was braucht man dafür nochmal wie viele Bricks eins zwei äh wo das ist äh da so wir brauchen einen Embrick Construction Block ok Heating Slicken Kabel ah ok das sollte machbar sein weiter wie viele kriegt man ok das sollte aber trotzdem machbar sein ja hm ok Handpacker Fischzaube ach du heilige Scheiße also da da muss ich glaube ich wirklich mal reinlesen ok also ich werde mir auf jeden Fall glaube ich nochmal bevor ich da weitermache werde ich mich nochmal in die Fall äh da was reinlesen ich werde mich jetzt auf jeden Fall nicht komplett so durchschließen dass ich jetzt schon alles weiß aber wirklich erstmal für den Anfang damit ich so einen klaren Überblick habe du hast meine Culture Buch auch nochmal da rein so würde ich sagen mach ich dann jetzt schonmal hier Schluss SA hat auch schon keinen Bock mehr da verschwindet auch schon mach mir mein Inventar ein bisschen leerer so den Chisel nehmen wir nochmal mit und ich würde sagen wenn euch diese Folge gefallen hat gib dem Daumen nach oben wenn nicht Anmerkungen, Kritik alles in die Kommentare schaut auch ma beim Singurin vorbei der wird euch auch über ein Abo und like freuen und ich würde sagen wir sehen uns für den nächsten Mal und wie würde euch beniss